Ja, hallo? Du, 1.800 wieder ein Faktenarten-Video? Ach, sag bloß, das glaub ich nicht. Nee, das glaub ich nicht. Let's go! Hallo meine lieben Freunde, moing Meister! Und in diesem Video geht es um 5 Arten von Bauarbeitern. Das ist ein Format, was es noch nie gegeben hat. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Morgennnnn, 7 Uhr, dann fang ich mal an, ey, was ist denn die Scheiße, ey? 7 Uhr eins, ist halt wieder Pause, ey. So, was haben wir denn hier, ey, ey? Du bist hier drin. Söber mal, jetzt mal von nebenbei hier so, ne? Was machen Sie hier eigentlich mit der Kamera? Hä? Oh, vor 10 Uhr. Oh, ja, oh. 11 Uhr, da pflegt mir doch der Bart weg. Mann, oh. Zeit für eine Pause, echt. Aber gut, pflegt eigentlich der Micha. Micha! Komm mal ran auf den Bieder. Bierchen! Komm, die sind alle zu blöd hier. Komm, hör auf, ey, hör bloß auf. Ich brauch Urlaub. Feierabend, echt. Feierabend, ey. Kurz noch mal weg, glaube ich. Rudiger! Rudiger, gib mal die Kelle rüber! Steckt der Affe schon wieder? Mann, 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 Rudiger! Das kann doch nicht wahr, Rudiger! Rudiger! Rudiger, wach auf! Rudiger! Rudiger! Mann, 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 Mann! Oh, Alter, komm mal, hör mal hier zu Hause jetzt schlafen, oder was? Bist du mit der, aber wir sind ja auf der Arbeit. Hör mal jetzt mal schlafen, Mann. Hau mal jetzt ab, ey. Rudiger! Hau jetzt ab hier, Mann! Rudiger! Ich glaub, das dem Sheriff. Oh, oh! Hau jetzt ab, ey, 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 Oh ja, es geht los! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Und zwei! Und drei! Und hier! Ja! 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 Ich habe immer auf! Ja! 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 Hi! Meine Löwenkralle! Ich ficke, du ficke, er ficke! Wir alle ficken, wir müssen ficken, warum fickt er nicht mit dir? Ach mein Arsch, Leo! Oh! Willst du mich dabei füllen? Oh, sexy! Guck mal, zeig dir mal was! Oh, das klatscht richtig! Oh, sexy! Wir sehen uns noch später! 90 Grad beträgt exakt! Wunderbar! Und, ähm, dies ist, äh, der Rand zum Fenster. Und, äh, das muss natürlich ganz, ne ganz klare Sache. Ein Meter! Und, ja, das ist ein Meter, würde ich sagen. Also, Leute, was haben wir mehr? Ist doch perfekt! Ne, das ist doch perfekt! Also, es ist eine Kunst! Jeder Winkel wird berechnet! Und, da gibt's keinen einzigen Fehler! Ja! Wow! Ja, hallo, meine Damen und Herren! Die Toffen des Live-Grösten aus dem Zoll! Und, das Problem ist, ich wollte hier irgendwo kochen wieder, ne? Wie ich es auch im Dungel gemacht habe, mit Knäckebrotbraten und so, ne? Kroses Knäckebrot im Angebot, ne? Also, wenn ihr das haben wollt, schreibt es in die Kommentare! Nein, Spaß, ne? Also, ne, also, Spaß beiseite! Kroses Knäckebrot im Wald, es gibt nichts schöneres in der Natur. Ich meine, schaut euch das mal an hier, ne? Und, ich weiß nicht wie ich hier rauskomme! Die Bauherbeute haben mich hier eingemauert! Das ist doch... Also, das ist doch... Das ist doch eine Frechheit, ne? Also, Leute, das ist ja richtig mir nicht auf, und ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme! Das ist... Da muss man noch mal überlegen, hier! Ne, und, 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 und... Das tut mir... Dann bin ich doch gestolpert, ihr! So, ich hau jetzt ab! Ich hab die Faxen dicke! Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme! Du warst schon aus der Tür? Ja gut, das hab ich ja nicht gesagt. Das ist ein Soul Business, ne? Oh man, oh man, oh man! Ah, ich will eine Weiße! Mann! So, und jetzt, adieu! Moin, Meisse! Moin, Meisse!